Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video, entschuldige ich die Störung gerade eben, heute auch noch GTA 5 spielen. Ja, es kann ich leider nicht aufnehmen, da meine Kamera, die Rolle nicht, sie hat meine Kamera, die ganze Zeit so verschwommen, da kann ich heute leider kein S und da ist mein Dach drin, da Entschuldigung, ich muss nochmal zurück, so und da geht sie auch spielen. Ja, dann mache ich mal GTA 5 rein, da mache ich sie eben, wie gesagt, öffne dich, nein, endlich geht's, und jetzt, wie gesagt, schließe dich. Ja, es geht, diese App habe ich mir heruntergeladen, da muss man uns sagen, ja, was ich gerade gesagt habe, Sesam öffne dich, da geht's auch, und Sesam schließe dich, da geht's, so. Na, ich sag's nochmal laut, wenn ich sage, ich mache mal hier kurz die App aus, so, wenn ich sage, Sesam öffne dich, da geht die Xbox auf, Und wenn ich sage, wenn ich sage, wenn ich sage, wenn ich sage, sesam schließe dich, da geht die Xbox zu. Oh, ist es wahrscheinlich so hoch, sonst weiß ich yn, da geht das, da geht das... Bitte nicht wundern, wenn hier meine Oma oder so reinkommt, das ist manchmal so, es lädt erstmal, aber jetzt kann man dann spielen und ich habe Musketen und so gekauft, wir können heute, wir können, wir können uns hier heute ein Chestballen, das ist ein schnelles Rennwagen, das ist richtig geil, oder? Warte, erstmal zu ernähren, bitte, die zur Arbeit geht bei mir mal wieder gar nicht, ja, jetzt, ja, irgendwas, das muss jeder geil hören, mal gucken, wie ich dachte es, das muss ich, oh mein Gott, und ich habe noch einen schnellen Schuss, oh, 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 mit Anschluss, oh mein Gott, ah, Polizei, ich ziehe dir mal schnell den Stern weg, ne, die Polizei, ich brauche, wenn da kommt, ja, interessiert mich nicht, jetzt rücken wir mal ein Taxi und wir fahren in meiner Garage, wo ich mir den Chestball holen kann, ne, mit den Armen, ne, versprochen, ich mache es so, ne, ich kann ja mal probieren, morgen, vielleicht ist da auch ein Freund mit da, da können wir mal probieren, ob die Kamera morgen geht, wenn ich, wenn ich einen Speicherplatz habe, bloß mit dir, weil der Film jetzt 2 Stunden ist, dann kommt ja nicht mehr was, da haben wir Taxi, ja, Taxi, ja, bist du da, dann hast du so, dann machen wir hier die Garage, überspringen wir, nehmen wir die Fahrt, wenn ihr euch fragt, was das Rasseln ist, hier habe ich so einen Sandsack, das mache ich immer, ich spiele mit denen immer, wenn ich aufgeregt bin und mir was ich sagen soll, hm, wenn ich zu leise spreche, schreibt es in den Kommentaren, schreibt alle in den Kommentaren, was ich, also ob ich lau sprechen soll, oder ob ich leise sprechen soll, hier habe ich erstmal schöne Aufbeziehungen hier ist noch kein Jazzbar dabei, aber, ja, die Jazzbar passt auf, das schnellste Wagen, im Online-Modus kann man die für 5 Millionen Euro kaufen, das ist das schnellste, es gibt noch ein Radius-Stopp, erst wann manchmal hier lauter, da checken wir ab, dann schon mal raus, ne, auf, und jetzt ¡er! Das ist das Hande von den schnellsten Fahrzeug aus BDA. Und den werden wir jetzt so richtig aufziehen. So, dass das Chaos tut. Gut, vorne lässt er sich durch. Nur, ich bin halt schlecht so in Form. Ich mach mal wieder leise. Upsi. Mach mal wieder leiser. Soundcheck, haben wir erledigt. Los Santos Customs markieren, auch erledigt. Jetzt fahren wir zu Los Santos Customs. Wenn wir das gemacht haben, haben wir schon mal drittens geschafft. Und dann noch vierten, fünftens. Rein, vorne, aufziehen und ist vierten. Und dann ausfahren und dann Soundcheck und rumfahren. Ja. Ich kann ja dann hier auch noch ein Rennen machen. Also, jetzt mal. Jetzt kann ich euch hier ein Rennen machen. Boom. Will ich? Ja. Erst den Job bezüglich. Ey. Da mach ich auch. Wenn ihr Amazon HD nicht kennt, ich lege eine Beschreibung. Der spielt Minecraft und auch manchmal GTA. Aber nicht mehr so oft jetzt. Aber Minecraft ist auch ein bisschen spannend bei ihm. Ich kann ja immer das Beste aufziehen. Oh mein Gott. Ich kann ja mal da mal den Besten. Auch das Beruf am oben Besten. ganz schön machen. Und wie auch die Glanzube machen. Und auch die Lackierung. Kron, ja. Und hier Premium Metallic. Dann nehm ich am meisten, am meisten nehm ich dunkles Grün, das hier und mach dann das hier rein und mach dieses Grün dann drauf. Das sieht für mich so was von cool aus. Also wenn wir jetzt so... Seidenteil auch hier, ne? Spoiler! Nee nee, so kenn ich das perfekt hier auch. Nein, ich wollte noch weitermachen. Nein, nein! Bloß Chessfeuer. Ja, immer mit der Magical Medusk. Also na. Mal waren es... ...Mattierung, Dach, Säge. Spoiler, Federung. Wir waren immer die Beste. Wir trief auch das Beste. Immer das Beste, ja. Reifen, Reifen-Typ. Sport. Beste. Reifenfarbe. Beste. Reifenqualen. Habe ich auch. Oh mein Gott! Ich muss dich mal reifen. Und jetzt ist das Fenster ganz schwarz. Und jetzt ist unser Jasper fertig. Seht euch die Jasper an, ey. Nice, Alter! Allerdings hier, bei denen habe ich... ...2.800.000. Bei den anderen zwei habe ich auch eine wahre 2.000. Sauschen. Sauschen. Ich mach mal wieder lauter. Oh mein Gott! Es bist schon lauter als vorher. Und ich bin noch ein bisschen besser. Nein! Ist Ren noch da? Oh, bitte! Nein! Das Ren ist nicht mehr da! Ich fahr alles zu Schrottaber. Schnell wieder zu der Sonne des Castems. Dann muss ich was suchen und nicht zum Flughafen. Und dann werden wir abrocken mit denen hier. Ich mach morgen vielleicht noch ein Video mit einem Freund. Aber noch vielleicht mit meinem Freund. Da fahren wir Panzer. Und wir machen 3 Challenges mit dem Panzer. Wer am meisten Sterne kriegt. Wer am längsten durchhält. Und wer mit dem Himmelsturz in Merv landet. Also dass man überlebt. Himmelsturz ist, wie Sie wissen, da kann man sich Himmelsturz schieden. Und dann ist man einen ganzen Kilometer weit im Himmel. Und dann fällt man runter. Man kann es so ein bisschen klein. Wenn man einen Fallschirm hat, kann man den dann nicht benutzen. Das würde Stunden dauern. Ehe man unten ist. Und Rockstar Games hat es auch rausgemacht, wenn man so mit Fallschirm ist, dass man den dann auch nicht benutzen kann. Der Sound ist besser als bei den anderen Autos, die ich habe hier auch. Abrauben Sie da die Bude auch schon hier. Das sieht man. Das ist aber super geil. Ich gehe heute nicht auf dem Flughafen, sondern hier auf einer Rennstrecke. Da können verschiedene, als zum Beispiel ich mit einem anderen, den ich nie kenne, dann geht es ja online hier Wettkrieg machen mit unseren Fahrzeugen. Ich habe schon mal mit ihm gemacht. Er hat... Ich bin mit meinem Jasper hier. Mit meinem Nummer 1 Sportwagen hier. Das Beste und er hat den... Den drittbesten, Alter. Der drittbeste kostet zwar 10 Millionen, weil er gut aussieht. Der dritts so einfach. Der hat sich selber... Oh now, oh now, yes. Der drittbeste kostet. Oh my god. Das kann das werden. Wer werden. Oh, Five Nim! Nicht Zauberung? Ja.